Herzlich Willkommen zurück bei Landwirtschafts-Himmelhauter 2017, mein ich, auf der Estancia-Lapacho-Map, ja, das 15er war ja schon, das ist ja das 17 hier, ja, und, ich habe gesehen, dass der Trasher hier hängt, weil die Schneidewerk im Weg ist, ja, heute mal ohne Lenkrad und ohne, ohne, Hack-Tracking, ja, muss auch mal sein, mal mit Tastatur, aber man bleibt nicht stecken, feststecken, weil der selber wahrscheinlich nicht, auf jeden Fall wollte ich dieses Feld jetzt ansehen, da ist nur die Frage noch, warum hängst du fest? Schauen wir mal, da sind wir noch hängst, naja, hätte es besser machen können, aber das ist nur die Frage, wo ist unsere Silo, wo wir speisern können, damit ich noch rausfinden, wo, wo man das reinkippt, hier wisst es bestimmt schon, könnt ja mal schreiben oder so, wo der das Getreide speisern könnte, hier sind Zuckerrüben, äh, Zuckerrohr meine ich, nicht Zuckerrüben, wo unseres Lager ist, hätte es besser informieren müssen, hier drin ist es auch nicht, hier auch nicht, wo ist das Lager, ist doch hier, ah, das sieht gut aus, genau, hier ist das Hof Silo, ah ja, alles klar, habe es gefunden, super, so, jetzt können wir nur gucken, was man an, an ernten, an ernten, am besten wäre es immer hier so Raps oder Sojabohnen, dass wir wirklich ein bisschen Geld kriegen, ich denke mal so Raps oder so, ich wusste nicht, ob in Amerika überhaupt Raps angeerntet wird, wird, naja, so, mal ansehen, genau, Breite ist auch 6 Meter, oder, mal gucken, genau, 6 Meter, von, Südwest nach Norden, Vorgewende, hat er Vorgewende gemacht, macht er, ne, typisch hat er nichts gemacht, deswegen machen wir auch keine Vorgewende mit denen, deswegen speisern wir das auch noch nicht, so kann man noch, da, 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 Feld 2, so gucken wir mal, oh, Z, oh, Halt mal, erstmal einstellen, nochmal, da, 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 Raps, woher das, na, super, super, super Kollege, es war jetzt ein bisschen zu viel, so, der macht schon mal Raps runter, das ist schon mal gut, der Thresher ist bei voll, denke ich mal, ja, 82 Prozent, Spurenreise aus. So, so machen wir's, fährt nur hoch und runter, möchte eigentlich nix im Weg sein, der macht noch hier schön flügen, weil die Felder müssen ja alle geflügt werden, genau, so ist es. So, jetzt noch den John Deere holen und gucken, wo, ach da, da ist der Hänger, da ist der Anhänger, besser so, na, die letzte Folge dieses Jahres, dann geht's nächstes Jahr weiter. So, Lemio. Hoffentlich ist er nicht voll. Nee. Gut. Wär blöd gewesen, wenn er voll gewesen wäre jetzt, weil sonst würde es die Frucht zerstören. Die machen die Arbeit schön. 5% schon weg. Der wendet hier schön. Ah, das ist schön anzusehen, wieder zu arbeiten. Es ist voll. Jetzt kann ich kommen. Hey. Oh, okay. Naja. Alles in der hier. Bisschen leer ist. schein ist noch so weit weg ist gar nicht so einfach nicht wenden naja soll er erstmal wenden abdanken kann ich ja dann immer noch wenn er fertig ist warum lässt du hier frei naja gut alle arbeiten noch so gucken wir mal die tiere an da könnten wir ja das stroh schon mal einsammeln und so die kühe rein tun genau so machen wir das stroh aufs sammeln und dann so die kühe rein und den resten müssen wir auch mal so ballen oder so der wagen ist hier drin verkehrt gelenk streifen wir doch ein bisschen an war ein bisschen heftig fangen wir da drüben an da da ja 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 so mal gucken ja warte mir ein wenig ab mal jetzt bahn verschreiten ist da war nicht so schnell weiß rückwärts na die machen aber trotzdem die arbeit da brauche ich mich nicht beschweren da brauche ich mich nicht beschweren das war alles gefahren kann man normalerweise auch den helfer machen lassen mit dem stroh aufsammeln aber dann habe ich nichts zu tun das wäre dann blöd wenn ich dann nichts machen würde in den schuh schauen jeder bleibt jetzt so stehen schnell hier rum sogar kann ich da eigentlich das gleich fertig sein der wendet nur und dann sagt er der ist fertig bestimmt ja da fährt er trotzdem weiter ok hm ja trotzdem weiter obwohl nichts dort ist mehr sieht komisch aus naja ok dann zeig ich mal tschüss bis zum nächsten mal haut noch rein ja haut noch rein noch ein dickes asphalt und einen guten rutsch ins neue jahr tschüssi